Im folgenden möchte ich als nächste Methode einen Produktvergleich kurz vorstellen, den man auch gelegentlich als Battlecard bezeichnet. Bei dieser Vorgehensweise werden zwei Produkte, nämlich ein Vertreter aus dem eigenen Produktportfolio und ein Wettbewerberprodukt, das denselben Markt adressiert, in einem 1 zu 1 Vergleich einander direkt gegenübergestellt. Das Beispiel auf dieser Seite erklärt das Konzept dieses Instruments. Für eine Reihe definierter Produktmerkmale oder Eigenschaften wird jeweils beurteilt, ob das eigene Produkt entweder besser oder schlechter ist oder ob beide Produkte in etwa gleich stark sind. Da die Produktmerkmale des eigenen Angebots im betrachteten Marktsegment mit jeweils nur immer einem Wettbewerberprodukt verglichen werden, bedeutet das in der Praxis, dass für jedes Produkt jeweils mehrere solcher Vergleichsdokumente angefertigt werden müssen, und zwar so viele wie Konkurrenzprodukte als relevant angesehen werden. Wichtig insbesondere für taktische Zwecke der Vermarktung ist nun, dass die spezifischen Produktvorteile der eigenen Angebote gegenüber dem jeweils betrachteten Wettbewerberprodukt klar ersichtlich sind. Zusätzlich werden hier auch noch Empfehlungen gegeben, beispielsweise für die Positionierung des eigenen Produkts am Markt oder für bevorzugte zu verwendende Verkaufsargumente und für etwaige Reaktionen auf das Vermarktungsverhalten des betreffenden Konkurrenten. Das erklärt auch den Begriff Battlecard, da die vergleichende Gegenüberstellung in Kombination mit den Empfehlungen für den Vertrieb überzeugende Argumente liefern soll, um damit bei Kundengesprächen, Auftragsakquisitionen etc. das eigene Angebot gegenüber den Konkurrenzgeboten zu behaupten. Aber auch Marketingstellen können aus Battlecards geeignete Themen für Kampagnen, Unterlagen, Präsentationen usw. selektieren. Als Battlecard ist dieses Dokument im Prinzip also ein Instrument der operativen Wettbewerbsanalyse. Wegen seiner aggregierten und übersichtlichen Darstellung kann es aber auch sehr gut für strategische Zwecke verwendet werden. Eine Methode, die eindeutig taktischen Charakter besitzt, sind dagegen die sogenannten Stolperfallen. Von einer taktischen Wettbewerbsanalyse wird unter anderem auch erwartet, dass Konkurrenzinformationen so aufbereitet und angeboten werden, dass diese proaktiv gegen Wettbewerber eingesetzt werden können. Ein Anwendungsfall sind beispielsweise Marketingkampagnen, bei denen es darum geht, gezielt Marktanteile auszubauen oder Kunden zu gewinnen bzw. von Konkurrenten abzuwerben. Solche Kampagnen sind in der Regel auf bestimmte Märkte, also Segmente oder Regionen begrenzt und richten sich zumeist nur konsequent gegen einen oder einige wenige Wettbewerber in eben diesen Märkten. Für gezielte Attacken gegen die betreffenden Konkurrenten sind dann passende und überzeugende Argumente erforderlich, die in der Kommunikation mit Kunden verwendet werden können. Stolperfallen sind ein Beispiel für solch ein spezielles Vertriebs- und Marketinginstrument. Es handelt sich hier um standardisierte Übersichten, bei denen die Stärken und Schwächen der eigenen Firma und eines ausgesuchten Wettbewerbers aufgezeigt und einander gegenübergestellt werden. Ähnlich wie bei einer SWOT-Analyse entstehen so vier Quadranten, denen jeweils eine bestimmte taktische Vorgehensweise zugeordnet ist. Im Wesentlichen geht es dabei darum, die eigenen Stärken hervorzubeheben bzw. überzubetonen und im Gegensatz dazu die eigenen Schwächen sowie die Stärken der Konkurrenz, soweit es geht, abzuschwächen. Die Methode ist durchaus in gewissen Zügen subjektiv, weshalb gelegentlich nicht nur die tatsächlichen, sondern manchmal auch nur die vermeintlichen Stärken oder Schwächen angeführt werden. Ziel ist letztlich aber, die eigene Firma bzw. das eigene Angebot in das bestmögliche Licht zu stellen. Wie bereits erwähnt, existieren für jede dieser Methoden, nicht nur für die vier im Detail vorgestellten, sondern für alle elf zuvor aufgelisteten Methoden auch Tools in Form von Formatvorlagen in PowerPoint und in Form unterstützender Excel-Dateien. Ebenso existiert eine sehr umfangreiche Präsentation zur Wettbewerbsanalyse, weit ausführlicher als diese hier, die noch mehr Informationen zu Vorgehensweisen und Aspekten der Wettbewerbsanalyse in der industriellen Praxis enthält und natürlich auch zu allen hier nicht näher erläuterten Methoden und Tools. Für alle, die daran Interesse haben, bitte besuchen Sie diesbezüglich meine Website www.strategie-und-planung.de, über die sowohl die Tools als auch diese ausführliche Präsentation bestellt werden können. Ich bedanke mich für das Interesse und die Aufmerksamkeit der Zuhörer. Vielen Dank!